Was geht ab Leute, Nöderlet Games hier und wir unboxen heute die Limited Edition von dem Nintendo 3DS XL mit Zelda A Link Between Worlds, worauf ich mich schon richtig, richtig freue. Packen wir das Ding mal aus, aber bevor wir loslegen, schaut euch das Ding nochmal an. So sieht's von vorne aus, so von hinten, das Ding ist komplett in Gold, ich meine nur die Rückenseite ist glaube ich schwarz. Ich konnte echt nicht widerstehen, neben der Xbox One ist das natürlich ein absolut geniales Teil, was heute rausgekommen ist. Wahnsinnig super, machen mal auf. Zack. Und die einmal hochklappen. Und hier kommt aber schon was alles entgegen. So, da müssen wir mal gucken. Naja, das dachte ich mir schon, das Spiel als Hülle ist natürlich nicht dabei, da wird ein Download Code dabei sein. Wunder hat mich aber ehrlich gesagt gar nicht. Wir können sogar nochmal den Größenvergleich gleich machen, denn den normalen 3DS habe ich hier auch liegen. Okay, hier habe ich nochmal einen Code für mich, den kann ich natürlich nicht zeigen. Irgendwas free und gratis, hier ist das Ding. Jetzt fahre ich noch ein bisschen länger rein. So, dann haben wir natürlich die ganzen Virtual Reality Karten oder AR Karten, hier sind die glaube ich auch gar nicht mal so übel. Das ist schon ziemlich schick. Hier haben wir den Download Code zu dem wunderschönen Spiel. Richtig genial, freue ich mich schon super drauf. Und hier haben wir natürlich Nintendo-mäßig X-Beschreibung. Guck mal, wie dick das Ding ist, das ist Wahnsinn. Bedienungsanleitung in 10 Sprachen, das ist der absolute Hammer. Wirklich Wahnsinn. Und hier auch nochmal Quick Installation Guides und so, aber wer guckt denn da eigentlich rein? Das ist wirklich der Hammer. Alles beiseite erstmal legen. Okay, packen wir jetzt das System aus. Ich kann es kaum erwarten, das Ding sieht so super aus und es ist streng limitiert. Also ich kenne wirklich keinen Laden mehr, wo es das Ding noch gibt. Ich habe es, sobald ich es gesehen habe, vorbestellt. Es ist der Wahnsinn. Da ist das Ding. Oh ja, das ist schon eine ganze Ecke größer um 90%. Steht auch vorne nochmal schön drauf. Lass den Karton vielleicht mal hier so vorne liegen. Perfekt. Große Moment der Wahrheit. Zweite Konsole, die ich neben der Xbox One schon unboxe. Oh ja. Wow, das Ding wirkt hochwertig. Das ist ja der absolute Hammer. Ihr seht, wie das Triforce da schön schimmert vorne in Gold. Das ist ja der Wahnsinn. Wow, das ist vielleicht das schönste DS, den die je rausgebracht haben. Komplett in Gold. Schön großer Bildschirm. Das ist der absolute Wahnsinn. Oh ja, das fühlt sich super an. Die Tasten fühlen sich auch ein bisschen geschmeidiger an, muss ich ehrlich gesagt sagen. Als noch auf dem normalen 3DS. Okay, jetzt werde ich mal den normalen 3DS holen und dann machen wir mal den Größenvergleich. Okay, hier sind beide Konsolen nochmal nebeneinander. Der andere hat schon ein bisschen gelitten natürlich. Damit habe ich auch ordentlich gezockt. Aber man sieht, der Screen ist gigantisch natürlich auf dem XL und der macht wirklich so einen hochwertigen Eindruck. Komplett in Gold. Das ist wirklich super, super schick. Hier ist schon ein bisschen Staub drauf gefallen. Ist das ein Kratzer oder was? Ich will da gar nicht ehrlich gesagt zu viel rumwummeln. Das gucke ich mir später an auf jeden Fall. Einmal von hinten. So natürlich. Ein wunderschönes Spiel schon eingelegt in dem Teil. Und hier nochmal von hinten. Wie ich gesagt habe, das Ding ist auch nochmal schwarz und da ist nochmal ein Triforce drauf. Richtig, richtig super. Okay, legen wir nochmal so hin. Klappen wir nochmal beide zu. Den knackt auch so wunderschön. Von der Auflösung her und Qualität her dürfte sich eigentlich nichts getan haben. Das müsste eigentlich alles gleich sein. Hier nochmal so drauf. Man sieht es auf jeden Fall. Das Ding ist wirklich gigantonomisch. Richtig, richtig super. Mit diesem Ding werde ich auf jeden Fall Gameplay aufnehmen und dann werde ich eventuell Let's Plays später machen oder Livestreamen. Was auch immer. Dieses Ding, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Das ist wirklich so ein geiler DS. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich denke, da stimmt ihr mit zu. Dass ihr vorne mit dem Triforce schimmert, ist wirklich der Wahnsinn. Und wenn ihr wirklich dir das Geld habt, holt euch diesen DS. Der sieht wirklich phänomenal aus und ich denke, so ein DS wird Nintendo in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht produzieren. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich bin gerade ein bisschen hin und weg davon. Wirklich, wirklich geil. Ich kann es kaum erwarten, Link Between Worlds einzulegen. Es wird der Wahnsinn werden. Und natürlich Leute, das hier ist nicht das einzige Unboxing, was ich heute gemacht habe. Ich habe heute noch die Xbox One Unboxed, Rise Time of Rome, Dead Rising 3. Wir werden natürlich die Konsole komplett anschließen. Diese Videos kommen noch oder sind sogar schon hochgeladen. Dann werden wir die Xbox One natürlich einrichten. Und natürlich die ganzen Let's Plays werden dann starten. Und ich freue mich schon auf euch. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Danke für euren riesigen Support. Und ich kann es wirklich kaum erwarten. Heute ist wirklich ein gigantonomischer Tag. Absolut genial. Und soll ich nur großartig sagen. Danke für euren Support, Leute. Danke, dass ihr so zahlreich zuschaut. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und ja, wir sehen uns zu meinem Gameplay, Leute. Macht's gut. Bye. Das geht ab, Leute. Wir sind Nerd Alert Games. Hier und wir unboxen jetzt Rise, Son of Rome. Ich habe mir die Day One Edition geholt. Ist die USK-Version, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Denn die ist auch 100% uncut. Die AT-Version gibt es leider so weit. Ich weiß nicht in der Day One Edition. So frei verkäuflich. Rising 3. Und einmal die Day One Edition zu Rise, Son of Rome. Das ist die USK-Version, aber die ist trotzdem 100% uncut. Denn ich habe gehört, die AT-Version gibt es nicht in der Day One-Version. Aber nichtsdestotrotz, eine kleine Sache habe ich noch. Nämlich... Nämlich... ... ... ...